Avventura Numero due. Abenteuer Nummer zwei. La Lega dei Capelli Rossi. Die rothaarige Liga. Era autunno. Es war Herbst. Era l'anno scorso. Es war im letzten Jahr. Ero andato a visitare un mio amico. Ich habe einen Freund besucht. Il suo nome era Sherlock Holmes. Sein Name war Sherlock Holmes. Holmes era preso da una conversazione con un uomo. Er war in einer Unterhaltung mit einem Mann vertieft. L'uomo era tarchiato. Der Mann war corpulent. L'uomo aveva la faccia arrossata. Der Mann hatte ein rotes Gesicht. L'uomo era anziano. L'uomo aveva i capelli rosso fuoco. Mi scusai per la mia intrusione. Ich entschuldigte mich für die Unterbrechung. Stavo per andare via. Ich war dabei zu gehen. Holmes mi tirò dentro la stanza. Holmes zog mich in den Raum hinein. Chiusse la porta dietro di me. Er schloss die Tür hinter mir. E' arrivato al momento giusto, disse. Sie kamen zum perfekten Zeitpunkt, sagte er. Signor Wilson, posso presentarle il Signor Watson? Herr Wilson, darf ich Ihnen Herrn Holmes vorstellen? Er war mein Partner. Er war mein Partner. Er war mein Helfer. Er war mein Helfer. Er wird mir in Ihrem Fall sehr nützlich sein. Il gentiluomo Tarchiato si alzò appena. Der corpulente Herr stand halb auf. Il gentiluomo Tarchiato chinò la testa in saluto. Der corpulente Herr nickte als begrüßung. Il gentiluomo Tarchiato diede un'occhiata interrogativa. Der corpulente Herr schaute fragend. I piccoli occhi del gentiluomo Tarchiato erano circondati dal grasso. Die Augen des corpulente Herrin waren von Fett umgeben. Per favore, si sieda in quella poltrona, disse Holmes. Setzen Sie sich bitte in meinen Sessel, sagte Holmes. Lui sedette di nuovo sulla sua poltrona. Er setzte sich wieder in seinen Sessel. Incrociò le dita. Er legte seine fingerspitzen aneinander. Era sua abitudine farlo quando pensava. Das war seine Angewohnheit, wenn er dachte. So, mio caro Watson. Ich weiß, mein lieber Watson. Che condivide il mio amore per tutto quello che è bizzarro. che condivide il mio amore per tutto quello che è fuori dalla convenzionalità. che condivide il mio amore per tutto quello che è fuori dal comune. che condivide il mio amore per tutto quello che è fuori dalla vita di ogni giorno. che condivide il mio amore per tutto quello che è fuori dalla vita di ogni giorno. Ha annotato molte di queste cose. Sie hanno viel davon aufgezeichnet. Inoltre ha abbellito molte delle mie avventure. Sie haben auch viele meiner abenteuer ausgeschmückt. I suoi casi per me sono stati interessanti, dissi. Ihre Fälle waren für mich interessant, sagte ich. Il signor Wilson è venuto a trovarmi questa mattina, disse Holmes. Herr Wilson kam heute früh, um mich zu besuchen, sagte Holmes. Ah, una storia interessante. Er ha una storia interessante. Geschichte. Per favore, racconti di nuovo la sua storia, signor Wilson. Bitte erzählen Sie Ihre Geschichte nochmal, Herr Wilson. Per favore, ci dia altri dettagli. Bitte geben Sie uns mehr Details. Il cliente gonfiò il petto. Il cliente ha fatto un giornale. Il cliente tirò fuori un giornale. Il cliente legò la testa sul giro. Il cliente legò il desenco. Guardai il cliente. Ich sah den Klienten an. Cercai di esaminare il Kliente. Ich versuchte, den Klienten zu analysieren. Cercai di scoprire, che tipo di uomo fosse il Kliente. Ich versuchte, herauszufinden, was für eine Art Mann der Klient war. I vestiti danno molti indizi. Kleidung gibt keine Hinweise. L'aspetto dà molti indizi. Das Erscheinungsbild gibt viele Hinweise. Sherlock Holmes ist ein Experte in dieser Technik. Io non vidi nessun indizio. Ich sah keine Hinweise. Il Kliente sembrava molto comune. Der Klient sah sehr normal aus. Il Kliente sembrava un negoziante. Der Klient sah aus wie ein Geschäftsmann. Der Klient trug eine ausgebeulte Hose. Der Klient trug einen schmutzigen Mantel. Der Klient hatte eine Uhr. L'Orologio aveva una catena. La catena aveva un ornamento. L'Orologio aveva un cilindro. Die Kette hatte eine Verzierung. Il Kliente indossava un cilindro. Der Klient trug einen Zylinder. Il cilindro era logoro. Der Zylinder war ausgefranst. Il Kliente indossava una camicia. Der Klient trug ein Hemd. Der Klient trug ein Hemd. La camicia aveva il Colletto. Das Hemd hatte einen Kragen. Il Colletto era stropicciato. Der Kragen war zerknittert. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes aveva un occhio sveglio. Sherlock Holmes aveva un occhio sveglio. Sherlock Holmes hat ein schnelles Auge. Vede cosa stavo facendo. Er sah, was ich tat. Scosse la testa. Er schüttelte seinen Kopf. Sorrise. Er lächelte. Posso dedurre che il Signor Wilson ha fatto del lavoro manuale, disse Sherlock Holmes. Ich kann darauf schliessen, dass Herr Wilson körperliche Arbeit verrichtete, sagte Sherlock Holmes. Posso dedurre che prende Tabacco da fiuto. Ich kann darauf schliessen, dass er schnupft. ein Freimaurer ist. Posso dedurre che è stato in China. Ich kann darauf schliessen, dass er in China war. Posso dedurre che ha scritto molto. Ich kann darauf schliessen, dass er geschrieben hat. Non posso dedurre altro. Non posso dedurre altro. Ich kann auf nichts anderes schliessen. Il Signor Wilson si alzò. Herr Wilson stand auf. Guardò Sherlock Holmes. Er sah Sherlock Holmes an. Come sa tutto questo, Signor Holmes? Woher wussten Sie das alles, Herr Holmes? Come sapeva che ho fatto del lavoro manuale? Woher wussten Sie, dass ich körperliche Arbeit verrichtete? È vero. Es ist wahr. Ho fatto del lavoro manuale. Ich habe körperliche Arbeit verrichtet. Ho iniziato la mia vita come carpentiere navale. Ich begann mein Leben als Schiffschreiner. Le sue mani, mio caro Signore, disse Sherlock Holmes. Ihre Hände, mein werter Herr, sagte Sherlock Holmes. La sua mano destra è più grande della sua mano sinistra. Ihre rechte Hand ist größer als ihre linke Hand. Ha lavorato di più con quella. Sie haben mehr mit ihr gearbeitet. I muscoli sono più sviluppati. Die Muskeln sind besser entwickelt. Come sapeva della Massoneria? Woher wussten Sie über die Freimauerei? Indossa una Spilla. Sie tragen einen Anstecker. La Spilla ha un arco. La Spilla ha un compasso. Oh, certo! Oh, natürlich! Lo avevo dimenticato. Ich vergass das. Come sapeva che ho scritto molto? Woher wussten Sie von Schreiben? Il suo polsino destro per 5 pollici è molto lucido. Ihre rechte Manchette ist für 5 Zoll sehr glänzend. La sua manica sinistra è più consumata sul gomito. Ihr linker Ärmel è am Ellenbogen glatt. È consumata perché l'appoggia su uno scrittoio. Er ist glatt, weil Sie ihn auf einem Schreibtisch abstitzen. Come sapeva della China? Woher wussten Sie von China? Ha un tatuaggio sul polso destro. Sie haben eine tatuierung auf ihrem rechten Handgelenk. Può essere fatto solo in China. Sie kann nur in China gemacht werden. Ho studiato i tatuaggi. Ich habe tatuierungen studiert. Le scaglie del pesce sono di un rosa delicato. Die fischschuppen sind zartrosa. Quella tecnica di colorazione è disponibile solo in China. Ha una catena da orologio. Ha una catena da orologio. La questione è piuttosto semplice. Il signor Wilson rise esageratamente. Herr Wilson lachte sehr. Pensavo avesse fatto qualcosa di astuto. Ma adesso vedo che è piuttosto semplice. Ma adesso vedo che è piuttosto semplice. Riesce a trovare l'annuncio? Riesce. Riesce a trovare l'annuncio? Riesce a trovare l'annuncio? Riesce a trovare l'annuncio? Ich nahm die Zeitung von ihm und las. Alla Lega dei Capelli Rossi. An die Rothaarige Liga. Un lavoro disponibile. Arbeit erhältlich. Un lavoro semplice. Leichte Arbeit. Quattro sterline a settimana di salario. Gehalt vier Pfund pro Woche. Disponibile per tutti gli uomini dai Capelli Rossi. Erhältlich für alle Rothaarigen Männer. Devono avere più di ventuno anni di età. Muss über einundzwanzig Jahre alt sein. Devono essere sani di corpo. Muss körperlich gesund sein. Devono essere sani di mente. Muss mental gesund sein. Fare richiesta di persona lunedì alle undici in punto. Biverben Sie sich persönlich am Montag um elf Uhr. Lessi l'annuncio due volte. Ich las die Annonce zweimal. Era straordinario. Sie war außergewöhnlich. Cosa significa? Chiesi. Was bedeutet das? fragte ich. Holmes ridacchiò. Holmes kicherte. Si mosse sulla sedia. Er wand sich in seinem Stuhl. Era sua abitudine, quando era su di morale. Das war seine Angewohnheit, wenn er gute Laune war. Per favore, prenda nota del giornale e della data, dottore. Bitte notieren Sie die Zeitung und das Datum, doktor. Per favore, signor Wilson. Ci parli di lei. Bitte, Herr Wilson. Erzählen Sie uns von sich. Ci parli della sua famiglia. Erzählen Sie uns von ihrem Haushalt. Ci parli degli effetti di quell'annuncio sulla sua fortuna. Erzählen Sie uns über die effekte dieser Werbung auf ihr Vermögen. Vidi l'annuncio circa due mesi fa. Ich sah die Werbung vor etwa zwei Monaten. Possiedo un negozio di pegni. Ich besitze eine Pfandleihe. Non è molto grande. Sie ist nicht sehr groß. Non mi dà altro che da vivere. Sie tut nicht mehr, als mir einen Lebensunterhalt zu geben. Un tempo avevo due assistenti. Ich hatte zwei assistenten. Ora ne ho solo uno. Jetzt behalte ich nur einen. Lavora per metà della paga per imparare il mestiere. Er arbeitet für halbes Gehalt, um das Geschäft zu erlernen. Qual è il nome di questo generoso giovane? Was ist der Name dieses großzügigen Jugendlichen? Il suo nome è Vincent Spaulding. Sein Name ist Vincent Spaulding. Non è così tanto giovane. Er ist nicht sehr jung. È difficile accertare la sua età. Es ist schwierig sein Alter einzuschätzen. È molto intelligente. Er ist sehr intelligent. Sono fortunato ad avere un così bravo assistente. Ich bin froh, einen so guten assistenten zu haben. Potrebbe guadagnare il doppio del suo salario altrove. Er konnte woanders doppelt so viel verdienen. Ma gli basta la metà del salario da me. Aber er ist bei mir mit halbem Gehalt zufrieden. Sono fortunato ad averlo. Ich bin froh, ihn zu haben. Il suo dipendente è tanto notevole quanto lo è l'annuncio. Il suo dipendente è tanto notevole quanto lo è l'annuncio. Il suo dipendente è molto interessato alla fotografia. Il suo dipendente è molto interessato alla fotografia. Passa molto tempo a scattare fotografie. Er verbringt viel Zeit damit, Fotos aufzunehmen. Invece dovrebbe migliorare la sua mente. Er sollte stattdessen seinen Verstand verbessern. Questa è l'unica cosa che non va in luna. Passa molto tempo nel seminterrato a sviluppare pellicole e fotografie. Er verbringt viel Zeit im Keller beim entwickeln von seinen Filmen und Bildern. Questa è l'unica cosa che non va in lui. Das ist das Einzige, was an ihm schlecht ist. Non ha altre cattive Abitudini. Er hat keine anderen schlechten Angewohnheiten. Sta ancora con lei? Ist er immer noch bei Ihnen? Si, sta ancora con me. C'è anche una ragazza di quattordici anni. Da ist auch ein 14 Jahre altes Mädchen. Cucina roba semplice. Sie kocht einfach. Tiene pulito il posto. Sie hält den Ort sauber. Sono vedovo e non ho mai avuto una famiglia. Ich bin witwa und hatte nie eine Familie. Viviamo molto tranquillamente. Wir leben sehr ruhig. Abbiamo un posto dove vivere. Wir haben einen Ort zum Leben. Paghiamo i nostri Debiti. Wir bezahlen unsere Schulden. Nient altro. Sonst nichts. Fu otto settimane fa. Es war vor acht Wochen. Il mio assistente, il signor Spaulding, venne nel mio ufficio. Mein assistente, Spaulding, kam ins Büro. Aveva il giornale in mano. Er hatte die Zeitung in seiner Hand. Vorrei essere un uomo dai capelli rossi, disse. Ich wünschte, ich wäre ein rothariger Mann, sagte er. Perchè? Chiesi. Perchè? Chiesi. E' un buon lavoro. Es ist eine gute Arbeit. Paga bene. Sie ist gut bezahlt. Servono dipendenti. Angestellte werden gebraucht. Angestellte werden gebraucht. Ich wünschte, mein Haar wäre rot. Se avessi i capelli rossi, potrei avere questo lavoro. Wenn ich rotes Haar hätte, konnte ich diese Arbeit bekommen. Che tipo di lavoro è? Chiesi. Was für eine Arbeit ist das? fragte ich. Non avete mai sentito parlare della Lega degli uomini dai capelli rossi? Chiese. Haben Sie noch nie von der Liga der rotharigen Männer gehört? fragte er. Mai, dissi. Nie, sagte ich. Questo è incredibile. Das ist toll. Lei è adatto per uno degli incarichi. Sie sind für eine dieser Stelle geeignet. Quanto paga il lavoro? chiesi. Wie viel bezahlt die Arbeit? fragte ich. Solo un paio di centinaia di sterline l'anno. Nur ein paar hundert Pfund im Jahr. ma il lavoro è semplice. ma il lavoro è semplice. ma il lavoro è semplice. die Arbeit beeinträchtigt nicht mit der Hauptbeschäftigung einer Person. ero molto interessato. ich war sehr interessiert. Gli affari non andavano bene da qualche anno. das Geschäft lief ein paar Jahre nicht gut. Un paio di centinaia di sterline potevano essermi utili. ich konnte ein paar hundert Pfund extra gebrauchen. raccontami di più, dissi. mi mostrò l'annuncio. er zeigte mir die Werbung. c'era un indirizzo. da war eine Adresse. la Lega fu fondata da un milionario americano. die Liga war von einem amerikanischen milionär gegründet worden. aveva i capelli rossi. er hatte rote haare. grande simpatia per tutti gli uomini dai capelli rossi. er hatte große simpatie für alle rothaarigen Männer. lascio un testamento. er hat ein testament hinterlassen. il testamento stabiliva che la sua ricchezza doveva essere usata per aiutare gli uomini dai capelli rossi. il testamento stabiliva che la sua ricchezza avrebbe dato loro dei lavori semplici. il testamento stabiliva che la sua fortuna avrebbe dato loro una buona paga. il testamento stabiliva che la sua fortuna avrebbe dato loro una buona paga. ma non ci saranno tante persone a fare richiesta per un lavoro simile? non ci saranno tante persone a fare richiesta per un lavoro simile? non ci saranno tante persone a fare richiesta per un lavoro simile? Die Arbeit ist Männern aus London vorbehalten. Il lavoro è riservato a uomini adulti. Die Arbeit ist erwachsenen Männer vorbehalten. L'americano è cresciuto a Londra. Der Amerikaner wuchs in London auf. Voleva portare del lavoro in città. Er wollte Arbeit in die Stadt bringen. È inutile fare richiesta se si hanno i capelli rosso chiaro. Es bringt nichts, sich zu bewerben, wenn ihr Haar hellrot ist. È inutile fare richiesta se si hanno i capelli rosso scuro. Es bringt nichts, sich zu bewerben, wenn ihr Haar dunkelrot ist. Solo gli uomini con i capelli rosso brillante possono fare richiesta. Nur Männer mit stark rotem Haar können sich bewerben. Solo gli uomini con i capelli rosso fuoco possono fare richiesta. Solo gli uomini con i capelli rosso fuoco possono fare richiesta. Nur Männer mit flammendem rotem Haar können sich bewerben. I miei capelli sono molto rossi. Mein Haar ist sehr rot. Quindi pensai di avere una buona possibilità. Also dachte ich, ich hätte eine gute Chance. Spaulding sembrava saperne molto. Spaulding schien viel darüber zu wissen. Pensavo sarebbe stato utile. Ich dachte er wäre nützlich. Per quel giorno chiudemmo il negozio. Wir schlossen den Laden für den Tag. Andammo entrambi all'indirizzo dell'annuncio. Wir beide gingen zur Adresse in der Werbung. Lì c'erano uomini che venivano dal Nord, dal Sud, dall'Est e dall'Ovest. Qualsiasi uomo con una sfumatura di rosso nei capelli era lì. Jeder Mann, der einen roten Schatten im Haar hatte, war dort. La strada era intasata da uomini con i capelli rossi. Die Straße war voller rothaariger Männer. Non credevo ci fosse così tanta gente dai capelli rossi in tutto il paese. Ich dachte nicht, dass es so viele rothaarige Männer im ganzen Land gab. C'erano tutte le sfumature del colore. Es gab jede farbschattierung. Stroh, Ton, Zitrone, Orange. Paglia, argilla, limone, arancia. Ma non ce n'erano molti del colore del fuoco. Aber dort waren nicht viele die flammenfarbig waren. Volevo arrendermi. Ich wollte aufgeben. Spaulding mi incoraggiò. Spaulding ermutigte mich. Mi spinse in prima fila. Er schob mich zum Anfang der Warteschlange. Presto arrivamo all'ufficio. Bald sind wir im Büro. Il Signor Wilson si fermò per un pizzico di tabacco da fiuto. Herr Wilson machte eine Pause für eine Prise Schnupftabak. Che storia interessante, disse Holmes. Was für eine interessante Geschichte, sagte Holmes. Per favore, continui. Bitte fahren Sie fort. L'ufficio era quasi vuoto. Das Büro war fast leer. C'erano due sedie di legno. Dort waren zwei holzene Stühle. Un tavolo di legno. Un uomo basso seduto dietro il tavolo. Ein kleiner Mann saß dahinter. I suoi capelli erano anche più rossi dei miei. Sein Haar war sogar noch röter als meins. Disse qualche parola a ogni candidato che si trovava di fronte al tavolo. Er sagte zu jedem bewerber, der vor dem Tisch stand, ein paar Worte. Er fand Mackel an allen. Chiese loro di andare via. Er bat sie zu gehen. Quando arrivò il nostro turno, l'uomo fu contento. Wenn wir an der Reihe kamen, war er zufrieden. Chiuse la porta appena entrammo. Er schloss die Tür als wir eintraten. Voleva parlare in privato. Er wollte vertraulich mit uns sprechen. Questo è il Signor Wilson, disse il mio assistente. Das ist Herr Wilson, sagte mein assistent. E vorrebbe occupare il posto libero nella Lega. Und er würde gerne die offene Stelle in der Liga besetzen. E ben adatto per occuparlo, rispose l'altro. Er ist gut dafür geeignet, sagte der andere. A tutti requisiti. Er erfüllt jede Voraussetzung. Non ricordo niente di così perfetto. Ich kann mich an nichts so Perfektes erinnern. Er legte einen Schritt zurück. Er legte seinen Kopf schief. Osservo i miei capelli per un lungo periodo. Er schaute lange auf mein Haar. Provai timidezza. Ich fühlte mich schüchtern. Improvvisamente venne avanti. Plötzlich kam er nach vorne. Mi strinse la mano con forza. Er schüttelte meine Hand kräftig. Si congratulò con me per il mio successo. Er gratulierte mir zu meinem Erfolg. Per favore mi scusi, disse. Bitte entschuldigen Sie mich, sagte er. Ma dobbiamo prendere un'ovvia precauzione. Aber wir müssen eine offensichtliche Vorsichtsmassnahme ergreifen. afferrò i miei capelli con entrambe le mani. Er ergriff mein Haar mit beiden Händen. Tirò finché non urlai di dolore. Er zog bis ich vor Schmerz ausschrie. E' tutto perfetto, disse. Alles ist perfekt, sagte er. Dobbiamo essere cauti. Wir müssen vorsichtig sein. Siamo stati ingannati da parrucche. Wir wurden mit perücken betrogen. Siamo stati ingannati da vernice. Wir wurden mit farbe betrogen. Si affacciò dalla finestra. Er trat zum Fenster. Urlò molto forte che il posto era stato occupato. Er rief sehr laut, dass die offene Stelle besetzt sei. Un lamento di disappunto venne dal basso. Ein seufzer der Enttäuschung kam von unten. Gli uomini si allontanarono in direzioni differenti. Die Männer gingen in verschiedene Richtungen fort. Io e il Direttore eravamo le uniche persone con i capelli rossi lì intorno. Ich und der Manager waren die einzigen rotarigen Männer. Il mio nome, disse, è Signor Ross. Mein Name, sagte er, ist Herr Ross. Sono stato assunto dal fondo. Ich bin von der Stiftung angestellt. Lei è sposato, Signor Wilson? Sind Sie verheiratet, Herr Wilson? A famiglia? Haben Sie eine Familie? Risposi che non ne avevo. Ich antwortete, dass ich keine hätte. Sembrava molto dispiaciuto. Er sah sehr enttäuscht aus. Oh Cielo, disse con serietà. Oh je, sagte er ernst. E' un vero problema. Das ist sehr ernsthaft. Sono dispiaciuto di sentirle dire questo. Il fondo è per le spese di mantenimento di chi ha i capelli rossi. Il fondo è anche per la riproduzione di chi ha i capelli rossi. E' una sfortuna che lei sia scapolo. Es ist sehr bedauerlich, dass Sie ein junggeselle sind. Provai dispiacere. Ich fühlte mich enttäuscht. Pensai che non avrei avuto il lavoro. Ich dachte, ich würde die Arbeit nicht bekommen. Il signor Ross pensò per qualche minuto. Herr Ross dachte für ein paar Minuten nach. Er sagte, er wäre akzeptabel. Fosse il caso di un altro, disse, non avremmo potuto assumerla. Im falle eines anderen, sagte er, könnten wir sie nicht einstellen. Ma i suoi capelli sono così rossi che dobbiamo fare un'eccezione. Aber ihr haar ist so rot, dass wir eine Ausnahme machen müssen. Quando puoi iniziare con i suoi nuovi compiti? Wann können Sie Ihre neue Aufgabe anfangen? E' un po' imbarazzante, disse. Es ist ein bisschen seltsam, sagte ich. Ho già un lavoro. Ich habe schon ein Geschäft. Non si preoccupi di quello, disse il signor Spaulding. Das macht nichts, sagte Herr Spaulding. Posso badare io al negozio al suo posto? Ich kann für Sie nach dem Geschäft sehen. Quali sarebbero gli orari, chiesi? Was wären die Arbeitszeiten? fragte ich. Dalle dieci alle due, disse il signor Ross. Zehn bis zwei, sagte Herr Ross. Il mio lavoro si svolge soprattutto di sera. Mein Geschäft wird meistens abends getan. Potevo prendere questo lavoro durante la mattina. Ich könnte diese Arbeit am morgen machen. Il mio assistente era un brav'uomo. Mein assistent war ein guter Mann. Si sarebbe occupato del negozio durante la mattina, quando non c'ero. Er würde sich morgens um den Laden kümmern, wenn ich nicht da war. Per me sarebbe perfetto, dissi. Das wäre perfekt für mich, sagte ich. Qual è la paga? Was ist das Gehalt? È quattro sterline alla settimana. Es ist vier Pfund in der Woche. Che tipo di lavoro? Was ist die Arbeit? È molto semplice. Sie ist sehr einfach. Deve restare in ufficio tutto il tempo. Sie müssen die ganze Zeit im Büro sein. Se si allontana, perde il lavoro. Wenn sie weggehen, verlieren sie die Arbeit. Il fondo è molto chiaro su questo punto. Die Stiftung ist in diesem Punkt sehr deutlich. Sono solo quattro ore al giorno. Es sind nur vier Stunden am Tag. Non mi allontanerò. Ich werde nicht weggehen. Non saranno tollerate scuse, disse il signor Ross. Keine entschuldigungen werden akzeptiert, sagte Herr Holmes. Non saranno tollerate malattie. Krankheit wird nicht akzeptiert. Non saranno tollerati altri affari. Geschäft wird nicht akzeptiert. Nulla sarà tollerato. Nichts wird akzeptiert. Deve restare in ufficio o perderà il lavoro. Sie müssen im Büro bleiben oder sie verlieren die Arbeit. Che tipo di lavoro? Was ist die Arbeit? Deve copiare l'Encyclopedia. Sie müssen das Lexikon kopieren. Il primo volume è sullo scaffale. Der erste band ist auf dem regal. Deve portare il suo inchiostro. Sie müssen ihre eigene tinte bringen. Deve portare la sua carta assorbente. Sie müssen ihr eigenes löschpapier bringen. Noi forniamo il tavolo. Wir stellen den Tisch. Noi forniamo la sedia. Wir stellen den Stuhl. È pronto a iniziare domani? Werden Sie morgens bereit sein. Certamente, risposi. Sicherlich, antwortete ich. Allora arrivederci, signor Wilson. Dann auf Wiedersehen, Herr Wilson. Mi permetta di congratularmi con lei. Erlauben Sie mir, Ihnen gratulieren. Erlauben Sie mir, Ihnen zu gratulieren. Ha ottenuto un incarico importante. Sie haben eine wichtige Position errungen. Sinchino. Er verbeugte sich. Lasciò la stanza. Er verlas den Raum. Andai a casa con il mio assistente. Ich ging mit meinem assistenten heim. Erro molto soddisfatto della mia fortuna. Ich war mit meinem Glück sehr zufrieden. Pensai tutto il giorno alla situazione. Ich dachte den ganzen Tag über die Sache nach. La sera ero giù di morale. Am Abend war ich in schlechter Stimmung. Erro sicuro che tutta la faccenda era una truffa. Ich war mir sicher, dass die ganze Sache ein schwindel war. Ero sicuro che tutta la faccenda era una frode. Ich war mir sicher, dass die ganze Sache ein betrug war. Non sapevo quale fosse l'obiettivo della truffa. Ich wusste nicht, was der Grund für den Schwindel war. Tutto sembrava piuttosto incredibile. Es erschien alles ziemlich unglaublich. Non riuscivo a capire perché volevano che io ricopiassi l'enciclopedia. Ich konnte nicht verstehen, warum sie wollten, dass ich das Lexikon kopierte. Spaulding versuchte. Spaulding versuchte mich aufzumuntern. La mattina comprai una bottiglia di inchiostro. Am morgen kaufte ich eine flasche Tinte. Ich kaufte einen Füllfederhalter. Ich kaufte sieben Blatt Papier. Partii verso l'ufficio. Ich ging zum Büro. Con mia sorpresa e piacere, tutto era in ordine. Zu meiner Überraschung und Freude war alles in Ordnung. die увидete spurten. Il ta으로. Die schnauhe. Deine. Es kam da hin. Es kam da hin. Er ließ mich beim Buchstaben A beginnen. Er ging, nachdem ich anfing. Er kam ab und zu vorbei, um nach mir zu sehen. Er wollte sicherstellen, dass ich arbeite. Um zwei Uhr wünschte er mir einen guten Tag. Er complimentierte mir zu der Menge, die ich geschrieben hatte. So ging das Tag für Tag. Am Sonntag bezahlte Herr Ross mir vier Pfund. Fu lo stesso la settimana successiva. Es war in der nächsten Woche das Gleiche. Fu lo stesso la settimana dopo quella. Es war in der Woche darauf das Gleiche. So ging ich um zehn Uhr. Ogni sera andavo via alle due in punto. Jeden abend ging ich um zwei Uhr. Il Signor Ross venne una volta la mattina. Herr Ross kam einmal am morgen. Poi non venne più. Dann kam er nicht mehr. Non ho mai osato lasciare la stanza. Ich wagte es nie, den Raum zu verlassen. Non ero sicuro di quando sarebbe potuto venire. Ich war nicht sicher wann er kommen würde. Il lavoro era semplice. Die Arbeit war so einfach. Il lavoro si adattava a me molto bene. Die Arbeit lag mir sehr gut. Non volevo rischiare di perdere il lavoro. Ich wollte es nicht riskieren, die Arbeit zu verlieren. Passarono così otto settimane. Acht Wochen vergingen so. Avevo quasi finito con la lettera A. Ich war fast mit dem Buchstaben A fertig. Speravo che presto avrei iniziato con la lettera B. Ich hoffte, dass ich bald mit dem Buchstaben B beginnen konnte. Riempii uno scaffale con i miei manuscritti. Ich füllte mit meinen Schriften ein Regal. La pila di Fogli diventava sempre più alta. Der Papierstapel wurde hoch. Improvvisamente il progetto arrivò alla fine. Plötzlich kam das Projekt zu einem Ende. Alla fine, chiese Holmes. Zu einem Ende, fragte Holmes. E' finito questa mattina. Es endete diesen Morgen. Sono andato al lavoro come sempre alle dieci in punto. Ich bin, wie üblich, um 10 Uhr zu meiner Arbeit gegangen. La porta era chiusa. Die Tür war geschlossen. Inquiodato alla porta c'era un pezzo di cartone. Ein Stück Karton war an die Tür genagelt. Sopra c'era scritto. Darauf stand geschrieben. La lega dei capelli rossi è stata sciolta. Die Liga der Rothaarigen ist aufgelöst. 9 ottobre 1890. 9 ottobre 1890. Sherlock Holmes e io guardammo il cartoncino. Sherlock Holmes und ich schauten auf den carton. Scoppiammo entrambi a ridere. Wir beide brachen im Gelächter aus. Cosa c'è di così divertente? Disse il signor Wilson. Was ist so lustig? Sagte Herr Wilson. Cominciò ad arrossire. Er wurde rot. Si alzò dalla sua sedia. Er stand vor seinem Stuhl auf. Se state ridendo di me, posso andare da qualche altra parte. Wenn sie mich auslachen, kann ich woanders hingehen. No, no, disse Holmes. Nein, nein, sagte Holmes. Holmes lo spinse di nuovo sulla sedia. Holmes schob ihn zurück in seinen Stuhl. Non voglio perdermi il suo caso. Ich möchte ihren Fall nicht verpassen. Il suo caso è tonificante. Il suo caso è tonificante. Il suo caso è tonificante. C'è qualcosa di divertente a riguardo. Il suo caso è tonificante. 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 Ero molto confuso. Ich war sehr verwirrt. Non sapevo cosa fare. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ho chiesto negli uffici vicini. Ich fragte die benachbarten Büros. Non sapevano nulla a riguardo. Sie wussten nichts davon. Sono andato dall'amministratore. Ich ging zum Vermieter. Vive al piano terra. Er lebt im Erdgeschoss. E' un contabile. Er ist ein Buchhalter. Gli ho chiesto della lega dei capelli rossi. Ich fragte ihn zur rothaarigen Liga. Ha detto di non avere mai sentito nulla della lega dei capelli rossi. Er sagte, er hatte nie von der rothaarigen Liga gehört. Gli ho chiesto chi fosse il signor Duncan Ross. Er sagte, er hatte nie von Herrn Duncan Ross gehört. Gli ho spiegato che era il gentiluomo che occupava l'ufficio di sopra. Ich erklärte, er war der Herr, der das obere Büro belegt hatte. L'uomo dai capelli rossi? Chiese l'amministratore. Der rothaarige Mann, fragte der Vermieter. Il suo nome era William Morris. Sein Name war William Morris. E' un avvocato. Er ist ein Anwalt. Stava usando quell'ufficio solo temporaneamente. Er hatte dieses Büro für rübergehend genutzt. Si è trasferito ieri. Er ist gestern ausgezogen. Dove posso trovarlo? Chiesi. Wo kann ich ihn finden? Fragte ich. Al suo nuovo ufficio. In seinem neuen Büro. L'indirizzo è il numero sedici di King Street. Die adresse ist King Street 17. Sono andato a quell'indirizzo. Ich ging zur adresse. C'era il negozio di un orologiaio. Es war ein Uhrmacherladen. Nessuno ha mai sentito parlare del Signor William Morris o del Signor Duncan Ross. Niemand hatte je von Herrn William Morris oder von Herrn Duncan Ross gehört. Und was haben sie dann getan? Fragte Holmes. Sono tornato al mio negozio. Ho chiesto consiglio al mio assistente. Ich fragte meinen assistenten um Rat. Non ha saputo aiutarmi. Er konnte mir nicht helfen. Mi ha suggerito di aspettare. Er schlug vor zu warten. Forse potrebbe arrivare una lettera. Ma non era abbastanza per me. Das war mir nicht gut genug. Non volevo perdere quel lavoro. Non volevo perdere quel lavoro. Ich wollte diese Arbeit nicht verlieren. Ho saputo che lei dà consigli alla gente che ne ha bisogno. Ich hörte, dass sie Leuten in Not rat geben. Sono venuto subito da lei. Ich kam direkt zu ihnen. Una decisione molto saggia, disse Holmes. Eine sehr weise Entscheidung, sagte Holmes. Il suo caso è eccezionale. Ihr Fall ist bemerkenswert. Sarei felice di poterlo examinare. Ich bin froh, ihn zu untersuchen. Mi ha detto quanto basta. Sie haben mir genug erzählt. Credo che sia possibile che vi sia collegato un problema più grave. Ich denke, da schwerwiegende probleme damit zusammenhängen. La prima impressione inganna. Erste Eindrücke sind oft täuschend. E' già abbastanza grave, disse il signor Wilson. Schwerwiegend genug, sagte Herr Wilson. Ho perso quattro sterline alla settimana. Ich habe vier Pfund in der Woche verloren. Per quanto la riguarda, sottolineò Holmes. Was sie angeht, bemerkte Holmes. Lei non ha nessuna lamentela contro questa lega. Haben sie keine Beschwerde über diese Liga. Al contrario. Es ist das Gegenteil. E' più ricco di circa trenta sterline. Sie sind um die dreißig Pfund reicher. Ha imparato tutti gli argomenti che cominciano con la lettera A. Sie haben jedes Thema gelernt, das mit dem Buchstaben A beginnt. Non ha perso niente. Sie haben nichts verloren. Questo è vero. Das ist wahr. Ma voglio scoprire chi erano. Aber ich will herausfinden wer sie waren. Voglio scoprire qual era il loro obiettivo. Ich will herausfinden was ihr zweck war. Ich will herausfinden ob alles ein scherz war. Ich will herausfinden was der Grund des scherzes war. Per loro è stato uno scherzo costoso. Es war ein teurer Witz für sie. Cercheremo di chiarire questi punti. Cercheremo di chiarire questi punti. Wir sollten versuchen, diese Punkte klarzustellen. Prima qualche domanda. Prima qualche domanda. Quanto tempo. Cheremo di chiunque. Quanto tempo. 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 No, erano una dozzina. Nein, da war ein Dutzend. Perché scelse lui? Warum haben sie ihn gewählt? Weil er für halbes Gehalt arbeitete. Wie ist Vincent Spaulding? Er ist klein. Er ist corpulent. Er ist sehr schnell. Non ha barba. Er hat keine Haare im Gesicht. Ha circa trent'anni. Er ist fast dreißig Jahre alt. Er hat einen weißen Fleck auf der Stirn. Holmes richtete sich in seinem Stuhl auf. Lo imaginavo, disse. Dachte ich mir, sagte er. Ja. Hat er ohrlöcher für ohrringe. Sì. Ja, hat er. Mi disse che gli Zingari gli avevano buccato le orecchie quando era ragazzo. Er sagte mir, Zigeuner haben seine Ohren gestochen, als er ein Junge war. Holmes tornò a sedersi sulla sua sedia. Holmes lehnte sich in seinem Stuhl zurück. Refletté profundamente. Er dachte angestrengt nach. Está ancora con lei? Ist er immer noch bei Ihnen? Sì, l'ho appena lasciato in ufficio. Ja, ich habe ihn gerade im Büro hinterlassen. Sie occupa del suo negozio, quando lei non è lì? Kümmert er sich um ihr Geschäft, wenn sie nicht da sind? Non mi lamento. Ich habe keine Beschwerden. Il negozio è tranquillo durante la mattina. Das Geschäft ist morgens ruhig. Bastano queste informazioni, signor Wilson. Das ist genug information, Herr Wilson. Le darò una mia opinione fra un giorno o due. Ich werde Ihnen in ein oder zwei Tagen eine Meinung geben. Heute ist Samstag. Per lunedì avremo raggiunto una conclusione. Bis Montag werden wir zu einem Schluss gekommen sein. Il signor Wilson andò via. Herr Wilson ging. Allora, Watson, disse Holmes. Nun, Watson, sagte Holmes. Cosa ne pensa? Was denken Sie darüber? Non penso nulla, risposi. Ich denke nichts darüber, antwortete ich. È una situazione misteriosa. Das ist eine misteriöse Angelegenheit. È una regola, disse Holmes. Es ist eine Regel, sagte Holmes. Più una cosa è bizzarra, meno è misteriosa. Je bizarrer eine Sache ist, desto weniger mysteriös ist sie. Sono i crimini comuni che sono davvero enigmatici. Es sind die üblichen Verbrechen, die wirklich verwirrend sind. Così come una faccia comune è più difficile da identificare. So, wie un normales Gesicht am schwierigsten zu identifizieren ist. Devo essere rapido in questo caso. Ich muss in diesem Fall schnell sein. Cosa ha intenzione di fare? Chiesi. Was werden Sie tun? Fragte ich. Ho intenzione di fumare. Ich werde rauchen. Il problema richiede che io fumi tre pipe. Dieses Problem erfordert, dass ich drei Pfeifen rauche. Per favore, non mi parli per cinquanta minuti. Bitte sprechen Sie, für fünfzehn Minuten, nicht mit mir. Si ranicchiò sulla sua sedia. Er rollte sich in seinem Stuhl zusammen. Sembrava un gatto. Er sah aus wie eine Katze. Alzò le ginocchia fino al naso. Er zog seine Knie zu seiner Nase herauf. Chiuse gli occhi. Er schloss seine Augen. fumò la sua pipa. Er rauchte seine Pfeife. Sembrava il becco di un uccello. Sie sah aus wie der Schnabel eines Vogels. Pensavo stesse dormendo. Ich dachte, er schlief. Io stavo per addormentarmi. Ich schlief ein. Improvvisamente saltò via dalla sua sedia. Plötzlich sprang er von seinem Stuhl auf. Poggiò la pipa sulla mensola del camino. Er legte seine Pfeife auf dem Kamin-Sims. Vorrebbe ascoltare un concerto questo pomeriggio? Würden Sie diesen Nachmittag gerne ein Konzert hören? I suoi pazienti possono stare senza di lei questo pomeriggio? Könnte Ihre pazienten diesen Nachmittag ohne sie auskommen? Non ho niente da fare oggi. Ich habe heute nichts zu tun. Non sono mai molto occupato. Ich bin nie sehr beschäftigt. Allora indossi il suo cappello. Dann setzen Sie sich Ihren Hut auf. Venga con me. Kommen Sie mit mir. Prima passeremo per la city. Wir werden erst durch die Stadt gehen. Possiamo pranzare per la strada. Wir können unterwegs zu Mittagessen. Wir können unterwegs zu Mittagessen. Wir können unterwegs sein. Dann gibt es die deutsche Musik auf dem Programm. La musica tedesca mi piace più della musica italiana. Ich mag deutsche Musik mehr als italienische Musik. La musica tedesca mi piace più della musica francese. Ich mag deutsche Musik mehr als französische Musik. Prendemmo la metropolitana. Wir namen die U-Bahn. Facemmo una breve passeggiata per vedere il negozio di peigni del signor Wilson. Wir machten einen kurzen spaziergang um Herrn Wilsons Pfandleihe zu besuchen. Era un posto piccolo. Es war ein kleiner Laden. C'erano edifici bassi. Erano edifici da due piani. Dort waren zweistöcchige Gebäude. Erano una strada tranquilla. Es war eine ruhige Straße. C'era un piccolo prato. Dort war ein kleiner Rasen. Der Rasen hatte unkraut. Il prato aveva dei piccoli cespugli. Der Rasen hatte kleine Büsche. Die Büsche waren nicht gesund. L'aria era piena di fumo. Die Luft war verraucht. L'insegna del signor Wilson era fatta di legno. Herr Wilsons Schild war aus Holz. Era marrone. Es war braun. Le lettere erano bianche. Die Buchstaben waren weiß. Sherlock Holmes si fermò di fronte all'edificio. Sherlock Holmes hielt vor dem Gebäude an. Er piegò la testa da un lato. Er neigte seinen Kopf auf eine Seite. Guardò l'edificio. Er sah das Gebäude an. I suoi occhi si illuminarono di gioia. Seine Augen leuchteten hell auf. Er camminò lentamente lungo la strada. Er ging langsam die Straße hinauf. Er kamminò fino all'angolo. Er ging zur Ecke. Er ging zur Ecke. Er ging zur Ecke. Er ging zur Ecke. Er kamminen zurück. Er schlug auf den Asphalt. Er schlug kräftig. Er schlug dreimal. Er ging zur Tür. Er klopfte an. Es wurde sofort geöffnet. Es wurde vom Assistenten geöffnet. Der Assistent sah intelligent aus. Der Assistent war glatt rasiert. L'assistente gli chiese di entrare. Der Assistent bat ihn herein. Potrebbe, per favore, dirmi come arrivare alla spiaggia in riva al mare? chiese Holmes. Könnten Sie mir bitte sagen, wie ich zum Strandufer komme? fragte Holmes. Terza a destra, quarta a sinistra, rispose l'assistente. Dritte rechts, vierte links, antwortete der Assistent. L'assistente chiuse la porta. Der Assistent schloss die Tür. Il tipo è intelligente, disse Holmes. Der bursche ist schlau, sagte Holmes. Er ist der vierte schlauste Mann in London. Potrebbe essere il terzo uomo più intelligente di Londra. Er könnte der drittschlauste Mann in London sein. Ho già sentito parlare di lui prima. Ich habe bereits von ihm gehört. Evidentemente, dissi. Offensichtlich, sagte ich. L'assistente del Signor Wilson ha un grosso ruolo nel mistero della lega dei capelli rossi. Herr Wilsons Assistent è un grosso ruolo nel mistero della lega. Perché ha voluto vederlo? Perché ha voluto vederlo? Warum wollte sie ihn sehn? Non volevo vedere lui. Ich wollte ihn nicht sehn. Volevo vedere le ginocchia dei suoi pantaloni. Ich wollte die Knie seiner Hose sehen. Che cosa ha visto? Was haben sie gesehen? Ho visto quello che mi aspettavo di vedere. Ich sah, was ich zu sehen erwartet habe. Perché ha colpito il suolo? Warum haben sie auf den Asphalt geschlagen? Questo è il momento per osservare. Dies ist eine Zeit für beobachtung. Adesso non dovremmo parlare. Wir sollten jetzt nicht reden. Esploriamo le strade sul retro del negozio. Lassen Sie uns die Straßen hinunter dem Laden erkunden. Le strade sul retro del negozio erano molto diverse. Le strade erano molto caotiche. Sulle strade c'era molto traffico. Die Straßen hatten viel verkehr. Sulle strade passavano molti pedoni. Die Straßen hatten viele fußgänger. I negozi erano eleganti. Die Läden waren schick. I negozi erano costosi. Die Läden waren teuer. Holmes rimase all'angolo. Holmes rimase all'angolo. Holmes stand an der Ecke. He looked at the streets. Er looked at the streets. an. Conoscere Londra è un mio passatempo, disse. Es ist mein Hobby, London zu kennen, sagte er. C'è un negozio di tabacco. Dort ist ein Tabakladen. C'è un edicola. Dort ist ein Zeitungsladen. C'è una banca. Dort ist die Stadtbank. C'è un ristorante vegetariano. Dort ist ein vegetarisches Restaurant. C'è un fabricante di carrozze. Dort ist eine Kutschenwerkstatt. Ora, doktore, abbiamo finito il nostro lavoro. Nun, doktor, wir haben unsere Arbeit getan. Andiamo a divertirci. Lassen Sie uns spass haben. Prendiamo un tramezzino. Lassen Sie uns ein sandwich essen. Prendiamo una tazza di caffè. Lassen Sie uns eine tasse caffè trinken. Poi andremo al concerto. Dann werden wir zu einem Konzert gehen. Ascolteremo i dolci violini. Wir werden liebliche Violinen hören. Ascolteremo i delicati violini. Wir werden zarte violinen hören. Ascolteremo l'harmonia. Wir werden harmonie hören. Nessun cliente dai capelli rossi ci disturberà. Keine clienten mit rotem Haar werden uns stören. Sherlock Holmes amava la musica. Sherlock Holmes liebte Musik. Suonava degli strumenti musicali. Er spielte instrumente. Componeva musica. Er componierte Musik. Era un musicista molto bravo. Er war ein sehr guter Musiker. Ascoltarono musica tutto il pomeriggio. Sie hörten den ganzen Nachmittag Musik. Sherlock Holmes era molto felice. Sherlock Holmes war sehr glücklich. Undeggiava le dita a tempo di musica. Er schwenkte seine Finger im Takt der Musik. Sorrideva gentilmente. Er lächelte sanft. Uscimmo dalla sala Concerti. Wir kamen aus der Konzerthalle heraus. Le consiglio di andare a casa, Dottore, disse Holmes. Ich schlage vor, dass Sie heimgehen, Doktor, sagte Holmes. Oh, affari urgenti da sbrigare. Ich habe wichtige Geschäfte zu erledigen. Perché urgenti? Wieso wichtig? Sta per essere commesso un crimine. Es wird bald ein Verbrechen begangen. Saremo in grado di fermarlo. Wir werden in der Lage sein, es zu verhindern. Voglio il suo aiuto stanotte. Ich will heute Abend Ihre Hilfe. A che ora? Um welche Zeit? Dieci in punto. Zehn Uhr. Potrebbe essere pericoloso. Es könnte gefährlich sein. Per favore, porti la sua pistola. Bitte bringen Sie Ihre pistola. Sherlock Holmes salutò. Sherlock Holmes winkte. Scomparve fra la folla. Er verschwand in der Menge. Sono un uomo intelligente. Ich bin ein intelligenter Mann. Aber Sherlock Holmes ist intelligenter. Aber Sherlock Holmes ist intelligenter. Ich hörte, was er hörte. Ich hörte, was er hörte. Avevo visto quello che aveva visto lui. Ich hatte gesehen, was er gesehen hatte. Sherlock Holmes sapeva quello che stava per succedere. Sherlock Holmes wusste, was geschehen würde. Ich wusste nicht, was geschehen würde. Ero confuso. Ich war verwirrt. Dove saremmo andati quella notte? Wohin würden wir heute Abend gehen? Che cosa stavamo per fare? Was würden wir tun? Che cosa sarebbe successo? Was würde geschehen? Perché mi serviva la pistola? Warum brauchte ich eine pistole? Chi era l'assistente del proprietario del negozio di Pegni? Wo war der Assistent der Pfandleihe? Cercai di pensare. Ich versuchte zu denken. Mi arresi presto. Ich gab bald auf. Lasciai casa mia alle nove in punto. Ich verließ mein Haus um neun Uhr. Arrivai a casa di Sherlock Holmes alle nove e mezza. Ich kam an Sherlock Holmes' Haus um halb zehn an. Fuori dalla porta c'erano due Taxi. Zwei Taxis standen vor seiner Tür. Sentii delle voci. Ich hörte Stimmen. Holmes stava parlando con due uomini. Holmes sprach mit zwei Männern. Un uomo era Peter Jones, un agente di Polizia. Ein Mann war Peter Jones, ein Polizeicommissar. L'altro uomo sembrava triste. Der andere Mann sah traurig aus. L'altro uomo sembrava un cappello lucido. L'altro uomo sembrava un cappello elegante. Der andere Mann trug einen respettablen Mantel. Siamo tutti qui, disse Holmes. Alle sind hier, sagte Holmes. Abbottonò il suo cappotto. Er knöpfte seinen Mantel zu. Prese il suo pesante Frustino da caccia. Er nahm seine schwere Jagdwaffe. Conosce già il Signor Jones di Scotland Yard. Sie kennen Herrn Jones von Scotland Yard bereits. Questo è il Signor Merriweather. Das ist Herr Merriweather. Ci accompagneranno stanotte. Sie werden uns heute Abend begleiten. Tutti noi cacceremo insieme. Wir werden alle zusammen jagen. Spero che avremo successo, disse Cupo il Signor Merriweather. Ich hoffe, wir werden erfolgreich sein, sagte Herr Merriweather beeindruckt. Profidarsi del Signor Holmes, disse la gente di Polizia. Sie können Herrn Holmes vertrauen, sagte der Polizeikommissar. Ha avuto ragione più spesso della Polizia. La sera di solito gioco a carte, disse il Signor Jones. Ich spiele heute Abend normal karten, sagte Herr Jones. Per venti anni non ho saltato una sola partita a carte del sabato sera. Ich habe seit 27 Jahren kein Kartenspiel samstags verpasst. Sie werden heute Abend um hohe einsätze spielen, sagte Sherlock Holmes. Il gioco sarà più eccitante di una partita a carte. Das Spiel wird aufregender als ein Kartenspiel sein. La posta saranno 30.000 sterline per lei, Signor Merriweather. Der Einsatz ist 30.000 Pfund für Sie, Herr Merriweather. E il Signor Jones avrà l'occasione di catturare un criminale famoso. Und Herr Jones wird die Gelegenheit haben, einen berühmten Kriminellen zu fassen. John Clay è un assassino. John Clay ist ein Mörder. E un ladro. Er ist ein Dieb. E un giovane. Er ist ein junger Mann. Er ist sehr Applaus. Er ist abnak. Er ist sehr banseik. Er ist sehr überlegend. Er hat Universitätsausbildung. Suo nonno era un duca. Sein Großvater war ein Herzog. Il suo cervello è astuto. Sein Gehirn ist erstaunlich. Le sue Dita sono abili. Seine Finger sind erstaunlich. Viaggia spesso. Er reist häufig. Commette un crimine in una provincia. Er begeht ein Verbrechen in einem Landkreis. Poi costruisce un Orfanotrofio in un'altra. Dann baute er einen Waisenhaus in einem anderen. Gli sto dando la caccia da molti anni. Ich habe ihn für viele Jahre gejagt. Non lo ho mai visto. Ich habe ihn nie gesehen. Spero di poterglielo presentare stanotte. Ich hoffe, dass ich sie ihm heute Abend vorstellen kann. Ho già avuto a che fare con il Signor Clay. Ich hatte mit Herrn John Clay früher zu tun. È il migliore nella sua professione. Er ist der beste in seinem Beruf. Andiamo. Lassen Sie uns gehen. Sherlock Holmes restò tranquillo nel taxi. Sherlock Holmes war still im taxi. Canticchiava la musica che aveva sentito nel pomeriggio. Er summte die Musik, die er am Nachmittag gehört hatte. Le strade erano molto chaotiche. Die Straßen waren sehr verwirrend. Era un labirinto. Es war ein labirinto. Le luci a gas tremavano. Die Gaslampen flackerten. Siamo vicini, disse Sherlock Holmes. Wir sind nahe, sagte Sherlock Holmes. Il signor Merriweather è un direttore di banca. Herr Merriweather ist ein Bankdirektor. Er ist personalmente coinvolto nella questione. Er ist persönlich an dieser Sache interessiert. Il signor Jones è molto coraggioso. Herr Jones ist sehr tapfer. Il signor Jones è molto forte. Il signor Jones è molto forte. Er war in una classe wie am morgen. Non era più affollata. Sie war nicht mehr belebt. Era molto tranquilla. Sie war sehr still. Il Signor Merriweather ci guidò giù per uno stretto passaggio. Herr Merriweather führte uns eine enge Gasse hinunter. Ci guidò attraverso un piccolo Corridoio. Er führte uns durch einen schmalen Corridor. Ci guidò attraverso un robusto Cancello di Ferro. Er führte uns durch ein starkes Eisentor. Ci guidò giù per una scala a chiocciola. Ci guidò attraverso un altro robusto Cancello di Ferro. Ci guidò attraverso un passaggio buio. Er führte uns eine dunkle Passage hinunter. Il passaggio odorava di terra. Ci guidò attraverso un po' di terra. Ci guidò in una cantina. Er führte uns in einen Keller. C'erano molte scatole nella cantina. Dort waren viele Kästen im Keller. Holmes sollevò la lanterna. Holmes hob die lanterne hoch. Guardò il soffitto. Er schaute an die decke. Non aspettiamoci attacchi dal soffitto, disse Sherlock Holmes. Wir können keine Attacche von der Decke erwarten, sagte Holmes. Ne dal pavimento, disse Merriweather. Genauso wenig vom Boden, sagte Herr Merriweather. Battè il suo bastone sul pavimento. Er schlug seinen Stock auf dem Boden. Suona vuoto! exclamò. Es klingt hohl, rief er. Guardò in alto sorpreso. Er schaute überrascht auf. Per favore, silenzio, disse Holmes seriamente. Bitte seien Sie leise, sagte Holmes ernst. Rovinerete il nostro piano. Sie werden unseren Plan ruinieren. Per favore, sedetevi. bitte setzen Sie sich. Per favore, non interferite. Bitte mischen Sie sich nicht ein. Il Signor Merriweather si sedette su una scatola. Herr Merriweather saß auf eine Kiste. Era molto solenne. Er war sehr ernst. Er war peinlich berührt. Holmes illuminò il pavimento con la lanterna. Holmes schien die Laterne auf den Boden. Si inginocchiò. Er ging auf seine Knie hinunter. Usò la lente di ingrandimento. Er verwendete eine Lupe. Esaminò le crepe sul pavimento. Er untersuchte die Risse im Boden. Saltò in piedi. Er sprang auf seine Füße. Abbiamo un'ora, disse. Wir haben eine Stunde, sagte er. Devono aspettare finché il proprietario del Banco dei Pegni non è a letto. Sie müssen warten, bis der Pfandleiher im Bett ist. Non perderanno un minuto. Sie werden keine Minute verschwenden. Hanno bisogno di tempo per scappare. Sie brauchen Zeit zu fliehen. Ora siamo nel Seminterrato della Banca della City. Wir sind jetzt im Keller der Statsbank. Il Signor Merriweather è il Presidente della Banca. Herr Merriweather ist der Presidente. Vi spiegherà lui perché siamo qui. Er wird ihnen erklären warum wir hier sind. È per il nostro oro francese, sussurrò. Es ist unser französisches gold, flüsterte er. Siamo stati avvisati che sarebbe stato rubato. Wir wurden gewarnt, dass es gestolen wird. Le scatole sono piene di oro. Die kisten sind voller gold. Viene dalla Francia. Es kam aus Frankreich. Non abbiamo avuto tempo per svuotarle. Wir hatten nie Zeit, es auszupacken. Ora dobbiamo stabilire un piano, disse Sherlock Holmes. Wir müssen jetzt einen Plan machen, sagte Sherlock Holmes. Copri la Lampada. Decken sie die lampe ab. Dobbiamo sedere al buio? Müssen wir im dunkeln sitzen? Temo di sì. Ich fürchte ja. Ho un mazzo di carte. Ich habe einen stapel karten. Ma è troppo buio per giocare. Aber es ist zu dunkel um zu spielen. Non possiamo rischiare nessuna luce. Wir können kein licht riskieren. Dobbiamo scegliere le nostre posizioni. Wir müssen unsere posizionen wählen. Questi uomini sono audaci. Dies sind waghalsige Männer. Dobbiamo essere cauti. Wir müssen vorsichtig sein. Io starò dietro questa scatola. Ich sollte hinter dieser kiste stehen. Nascondetevi dietro quelle scatole. Verstecken sie sich hinter diesen kisten. Illuminer i ladri quando arriveranno. ich werde ein licht auf die räuber scheinen wenn sie auftauchen. Dovete circondarli rapidamente. Sie müssen sie schnell umzingeln. Se loro sparano dovete sparare anche voi. Wenn sie schießen müssen sie zurückschießen. Mi nascosi dietro una scatola. Ich verstecke mich hinter einer kiste. misi la mia pistola sopra la scatola. Ich legte meine pistole auf die kiste. Holmes coprí la luce. Holmes bedeckte das licht. Eravamo totalmente al buio. Wir waren in totala dunkelheit. La lampada odorava di metallo caldo. Die lampe roch nach heißem metall. Ero molto nervoso. Ich war sehr nervös. Ich war l'aria era fredda. Die Luft war kalt. L'aria era umida. Die Luft war feucht. I ladri hanno soltanto una via d' uscita, disse Holmes. Die räuber haben nur einen fluchtweg, sagte Holmes. Devono ritornare attraverso il tunnel. Sie müssen durch den tunnel zurückkehren. avete piazzato una guardia, signor Jones? Haben sie eine wache aufgestellt, Herr Jones? ho piazzato due agenti, disse il signor Jones. Ich habe zwei polizisten aufgestellt, sagte Herr Jones. Buckehren Abbiamo bloccato tutti i buchi. Wir haben alle löcher gestopft. Ora dobbiamo aspettare. Jetzt müssen wir warten. ora dobbiamo fare silenzio, disse Holmes. Jetzt müssen wir leise sein, sagte Holmes. Aspettammo un'ora e un quarto. Wir warteten für ein ein viertel stunde. sembrava molto di più. Es kam mir viel länger vor. Pensavo che la mattina si stesse avvicinando. Ich dachte der morgen würde nahen. Ich wollte meine Position nicht wechseln. Ero molto teso. Ich war sehr angespannt. Il mio udito era molto acuto. Mein Gehör war sehr präzise. Potevo sentire gli uomini respirare. Ich konnte die Männer atmen hören. Guardai il pavimento. Ich sah auf den Boden. Improvvisamente vidi una luce. Plötzlich sah ich ein Licht. La luce divenne una linea gialla. Das Licht wurde zu einer gelben Linie. La linea gialla divenne un'apertura. Die gelbe Linie wurde zu einer öffnung. Comparve una mano. Eine Hand tauchte auf. La mano toccò il pavimento. Die Hand betastete den Boden. La mano scomparve. Die Hand verschwand. Ci fu un forte rumore. Di qualcosa che strisciava. Da war un kratzendes Geruch. Una delle pietre fu ribaltata. Einer der Steine wurde umgedreht. C'era un buco. Da war ein Loch. Il buco fu illuminato da una lanterna. Das Loch wurde von einer lanterna beleuchtet. Comparve una faccia. Ein Gesicht erschien. La faccia era rasata. Das Gesicht war klar geschnitten. La faccia era giovanile. Das Gesicht war jungenhaft. La faccia guardò attorno. Das Gesicht schaute umher. L'uomo si sollevò dentro la stanza. Der Mann zog sich in den Raum hinauf. Restò accanto al buco. Er stand neben dem Loch. Sollevò il suo compagno. Er zog einen Partner herauf. Il compagno era basso. Der Partner war klein. Il compagno aveva la faccia pallida. Il compagno aveva i capelli molto rossi. Il compagno aveva i capelli. Il compagno aveva i capelli molto rossi. Il compagno aveva i capelli. E' tutto sgombro. Sussurrò l'uomo. Es ist alles frei, flüsterte der Mann. Hast du das Skalpello? Hast du den Meisel? Hast du die Börse? Hast du die Taschen? Oh, Cielo! Oh, je! Scappa, Archie! Renn, Archie! Sherlock Holmes aveva afferrato l'intruso per il colletto. Sherlock Holmes hatte den Eindringling beim Kragen gepackt. L'altro si tuffò giù per il buco. Der andere sprang ins Loch hinunter. Sentì i vestiti strapparsi. Jones aveva afferrato i suoi pantaloni. Jones hatte seine Hose gepackt. Ich sah den Lauf einer Pistole. Holmes colpì il polso dell'uomo. Holmes schlug auf das Handgelenk des Manns. La pistola cadde sul pavimento. Die Pistole fiel auf den Boden. È inutile, John Clay, disse Holmes. Holmes. Es bringt nichts, John Clay, sagte Holmes. Non hai nessuna possibilità. Sie haben keine Chance. John Clay era molto calmo. John Clay war sehr ruhig. Ho capito. Ich sehe. Vedo che il mio amico è scappato. Ich sehe. Mein Freund ist entkommen. Gli avete solo strappato i pantaloni. Ci sono degli uomini ad aspettarlo davanti alla porta, disse Holmes. Dort warten Männer an der Tür auf ihn, sagte Holmes. Ha fatto un lavoro davvero ottimo. Sie haben sehr gute Arbeit geleistet. Devo complimentarmi con lei. Ich muss Ihnen komplimentarmi con lei, rispose Holmes. Und ich muss Ihnen komplimentarmi con lei, antwortete Holmes. La sua idea dei capelli rossi è stata molto originale. La sua idea dei capelli rossi è stata molto efficace. La sua idea dei capelli rossi è stata molto effettiva. Alza le mani, disse il signor Jones. Strecken Sie ihre Hände aus, sagte Herr Jones. Devi indossare le manette. Sie müssen Handschellen tragen. Per favore, non mi tocchi con quelle sue mani sporche, disse il prigioniero. Bitte, fassen Sie mich nicht mit Ihrem schmutzigen Händen an, sagte der Gefangene. Lei non lo sa. Sie sind sich nicht bewusst. Ich habe adliges Blut in meinen Adern. Habia la cortesia di darmi del Signore. Haben Sie den Anstand, mich Sir zu nennen? Habia la cortesia di dire per favore. Haben Sie den Anstand, bitte zu sagen? Va bene, disse il signor Jones. Alles klar, sagte Herr Jones. Per favore, signore, vada al piano di sopra. Bitte, Sir, gehen Sie nach oben. Porteremo sua altezza alla stazione di polizia. Wir werden Ihre hoheit zur poliziaiwache bringen. Così va meglio, disse John Clay serenamente. Das ist besser, sagte John Clay gelassen. Fece un ampio inchino. Er machte eine schwungvolle verbeugung. Andammo via in silenzio. Wir liefen leise weg. Wie kann sich die Bank bei Ihnen bedanken, fragte Herr Merriweather. Wie kann die Bank sie belohnen? Sie haben die Bankräuber überwältigt. Habete sconfitto dei ladri di banca. Sie haben die Bankräuber überwältigt. Ich habe meine eigene Angelegenheit mit John Clay zu begleichen, sagte Holmes. Ho sostenuto delle piccole spese. Ich habe ein paar kleine Ausgaben. Mi aspetto che la banca mi rimborsi. Ich erwarte, daß die Bank mich entschädigt. Basta quello. Das ist genug. Questa esperienza mi ha divertito. Ich habe dieses Erlebnis genossen. Es stata un'esperienza unica. Es stata un'esperienza unica. Das Erlebnis war einzigartig. Questa aventura mi ha divertito. Ich habe dieses Abenteuer genossen. Era mattina presto. Es war früher morgen. Ci sedemmo. Wir saßen uns hin. Bevemmo Whisky e Soda. Wir tranken Whisky und Limonade. Holmes spiegò il caso. Holmes erklärte den Fall. Era ovvio. Es war offensichtlich. Volevano far uscire il proprietario dal negozio di pegni. Sie wollten den Pfadleiher aus dem Laden heraushaben. Hanno messo l'annuncio. Sie haben die Werbung eingestellt. Hanno affittato un ufficio. Sie haben ein Büro gemietet. Era un piccolo investimento. Es war ein kleines investment. Sie würden tausende an rendite verdienen. Ich wurde verdächtig, als ich hörte, dass der Assistent für halbes Gehalt arbeitete. Aber wie haben sie ihr Motiv erraten? fragte ich. Non c'erano donne in casa. Da waren keine Frauen im Haus. Non poteva essere un semplice e volgare Intrigo amoroso. Es konnte nicht eine einfache Intrige sein. Es konnte nicht zur Ausbildung gewesen sein. Er musste etwas außerhalb des Hauses gewesen sein. Il passatempo dell'assistente era la fotografia. Das Hobby des Assistenten war fotografie. L'assistente stava sempre in cantina. Der Assistent war immer im Keller. Doveva fare qualcos'altro in quella cantina. Er muss etwas anderes im Keller getan haben. Ero sicuro che stava scavando un tunnel. Ich bin mir sicher, er hat einen Tunnel gegraben. Stava scavando un tunnel verso un altro edificio. Er hat einen Tunnel zu einem anderen Gebäude gegraben. Siamo andati a visitare l'edificio. Wir gängen das Gebäude besuchen. Ho colpito il suolo con il mio bastone. Ich schlug mit meinem Stock auf den Asphalt. Volevo sapere dove era la cantina. Ich wollte wissen, wo der Keller war. Er war er vor dem Gebäude. Er war er vor dem Gebäude. Er war er hinter dem Gebäude. Ich klingelte. Ich klingelte. Ich klingelte. Ich klingelte. Ich klingelte. Er wollte. Ich klingelte. Volevo vedere se aveva della terra sulle ginocchia. Ich wollte sehen ob er Schmutz auf seinen Knien hatte. I suoi pantaloni erano sporchi. Seine hose war schmutzig. I suoi pantaloni erano usurati. Seine hose war abgetragen. Seine hose war fleckig. Abbiamo camminato intorno alla casa. Wir liefen um das Haus herum. Ho notato che la banca della City era vicina. Ich bemerkte, dass die Stadtbank nahe war. Come sapeva che avrebbero agito stanotte, chiesi. Woher wussten sie, dass sie heute Abend handeln würden? fragte ich. Avevano chiuso oggi l'ufficio della Lega. Significava che avevano finito il loro tunnel. Es bedeutete, sie hatten den tunnel fertiggestellt. Dovevano usarlo subito. Sie mussten ihn bald verwenden. L'oro poteva essere spostato. Das Gold könnte umgelagert werden. Oggi è sabato. Heute ist Samstag. Samstag è il giorno perfetto. Samstag è il giorno perfetto. Sarebbero passati due giorni prima che la banca aprisse. Es sind zwei Tage bis die Bank öffnet. Avrebbero avuto due giorni per scappare con l'oro. Sie würden zwei Tage haben um mit dem Gold zu entkommen. La sua logica è perfetta. Ihre logica è perfetta. Mi complimento con lei. Ich complimentiere Ihnen. ha capito ogni anello della catena, disse. Sie haben jedes Kettenglied verstanden, sagte ich. Holmes. Mi salvo dalla noia, disse Holmes. Es rettet mich vor Langweile, sagte Holmes. Sbadillo. Er gehnte. La mia vita è un unico lungo sforzo. Mein Leben ist ein langer Versuch. Per scappare dalla noia. Langweile, su entkommen. Risolvere problemi mi aiuta a scappare. Problemi zu lösen, hilft mir, zu entkommen. Rende il mondo un posto migliore, disse. Sie machen die Welt zu einem besseren Ort, sagte ich. Er scosse le sue spalle. Er zuckte mit den Schultern. Suppongo sia utile. Ich denke, es ist nützlich. Come Gustav Flaubert scrisse a George Sand. Wie Gustav Flaubert an George Sand schrieb. Un uomo è nulla. Ein Mann ist nichts. Il lavoro è tutto. Arbeit ist alles. Sii. Sii. Die Tiega. Wieluomo. Los Tiago. No? Ned this life. Ta-da a meller À Lu. Guardare, come California. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020